Exakt diese Art von Pfeife benutzen Schiedsrichter zum Beispiel beim Fußball, um ein Spiel anzupfeifen. Das bedeutet ja eigentlich, dass sie viel lauter sein müsste als die Pfeife, die wir 3D gedruckt haben. Zum Glück besitzen wir ein Dezibel-Wesk-Gerät, mit dem wir genau messen können, welche lauter ist. Als erstes unsere eigene. Boah, das war schon ordentlich laut. Wir haben 120,4 Dezibel. Aber jetzt die Schiedsrichter-Pfeife, so ein bisschen Schiss habe ich ja schon. Definitiv ein ganz anderer Ton, der ist ja noch höher. Aber mit 118 Dezibel deutlich leiser. Schiedsrichter, was da los?